hallo norbert hallo user youtuber oder vielleicht auch einfach nur bastel begeisterte ich biete an am 2 märz morgens ab 10 uhr das ist ein samstag wollen wir hier ein positiv bau seminar anhand eines seitenruders für einen dlg meinetwegen auch ein anderes seiten oder das wäre egal bauen das heißt vom zuschnitt bis über schleifen über welche möglichkeiten laminieren und ihr bekommt das dann her zugeschickt also zweite märz wer noch lust hat zwei teilnehmer sind im moment erst da also das heißt vier plätze sind noch frei gerald manch einer kennt ihn geht mir zur seite hilft ein bisschen dabei ja also zweite märz so dann haben wir am 30 märz hier in stade unseren stader schleuder cup das heißt f3k wettbewerb das ist eigentlich der erste große wettbewerb der erste größere wettbewerb der hier in deutschland stattfindet auch da wird nächste woche die anmeldung im internet stehen wer sich da anmelden möchte kann gerne kommen wer nur gucken möchte kann auch gerne kommen wir machen auf alle fälle einen kleinen also zwei oder drei tische so flohmarkt tische das heißt man könnte vielleicht manch ein schnäppchen dort auch nochmals schlagen also letztes jahr waren wirklich tolle modelle teilweise dabei zu wirklich attraktiven preisen oder auch zubehör also 30 märz wir fangen an um 9.30 Uhr und es geht circa so bis 16 17 Uhr ja wer da lust hat kann er gerne mitmachen anfänger sind auch gern gesehen weil wie wird das so schön gesagt auch hier wird euch geholfen also f3k ist eine klasse wo wir uns alle wirklich gegenseitig helfen wo ihr also kein neid aufkommt sage ich mal so und jedem wird geholfen von den anfängern also auf den kalender nehmen wer bock hat kann kommen